Servus zusammen hier vom Fuschelsee. Ich bereite mich jetzt gerade auf mein erstes großes Rennen am Wochenende vor, die Challenge Regione und darf jetzt hier auch stolz meinen neuen Hauptsponsor aus meiner Heimatstadt präsentieren. Internetics, eine Softwarefirma, die sich im Bereich Domains und Server super auskennen. Ja und die Jungs werden mich in den nächsten Jahren auf dem Weg nach Kona unterstützen. Da haben wir schon einige größere Projekte in der Pipeline. Also seid gespannt auf die nächste Zeit und drückt am Wochenende die Daumen. Euer Sivi